So, hallo schon, dass du wieder dabei bist. Wir lesen jetzt nicht, wir machen Back-Out mit einem Buch, also je schwerer, desto besser, holt durch irgendeine Enzyklopädie oder Wörterbuch, keine Ahnung, schauen, was ihr zu Hause habt und dann geht's los. Ja, wir machen schön etwas Spaß und Spaß unter der Hand, Step-Edge. So, ein bisschen durchblendet und schauen, was da alles drinsteht. So, größere, schwere Arme und Achte drauf, dass deine Hand gelenkst und gerade in der Linie bleibt. Kurz, jetzt mal ein bisschen an. Kontral, seh ihr da mit, nicht dein Kopf, also die Hand gelenkst, gerade, schön. Und hoch. Große Bewegung hier, das Buch festhalten, noch zweimal, und halte ihn damit, zieh jetzt auch zwei nach oben, und wieder hier, hoch, Bauch fest, 90 Grad, hier, hier, gerade, gerade und genäzt, schneller heben, dämpfen, hoch, 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 sehr gut, Oberarmen, nachher lehn, zupen, sieh, sehr gut, noch acht, und noch vier, drei, drei, und halte, zieh die kleine Masche am Platz, noch mehr, halte, drei, zwei und ab und schulden auslockern, beide Arme ungefähr im Schilderbreit, die gehen auf zweit und gerade, nicht auf dem ganz gut, auch zweit, sehr gut, eben der, tief, hoch, sehr gut, hauch fest und gerade, auch und schulden, wenn du möchtest, dih die Arme, tief, hoch, tief, hoch, sehr schön, tief, zwei, hoch, sehr schön, acht mehr, hoch, sehr schön, und vier, drei, letzte, zwei und noch mal langsam, nur die Beine auf, zweit, langsam halten, ganz ruhig, tiefer gehen, sehr gute Zeit, mehr, mehr, tief, tief, ganz tief nach unten, jetzt sehr gut, sehr schön, letztes Mal langsam, und wir gehen wieder eben sehr hoch, tief, mit den Armen sofort und ein echtes, wenn es zu viel ist, du hast die Arme in der Position, tief, hoch, sehr schön, knapp, acht hier, sehr gut, und vier, drei, zwei, letztes Mal, um, auf Platz, nehm die Arme nach oben, kannst du waschen, oder wenn es gut angenehm ist, einfach hier ruhig bleiben, wir gehen, wir gehen, wir gehen, dann achten, nach hinten, vorhin, Helfen, schön, mit dem Bauch, weißt du ganz gerne, dein Bein nach vorne, nehm, achte drauf, in dein Körper, wenn du fest bleibst, Arme eng, im Dämpel, tief, hoch, schön, beugen, strecken, sehr gut, sehr gut, sehr gut, hör mal, kann mal schön, oder bleib mal noch ruhig, komm, noch, acht hier, sehr schön, Oberarm, eng, super, noch vier, drei, zwei, noch mal ein halbes Step, auf, weiter, zwei, hoch, halbe hier, flühen, weiter, über die Uhr, sehr gut, letztes Mal, und wieder hier im Tempo, auf, eins, tief, hoch, voll, strecken, nach hinten, sehr gut, spürt ihr schon was? Anderes Buchholen, komm, noch ein Part jetzt, sehr gut, sehr schön, leck, vier, drei, zwei, один, zwei, flühen, vier, sechs, vier, acht, stairs, Italians suite! Glanzhaus, friesen, rateson ... ... sunk leid ... ... und hoch, zweit ... Nichts выше guy, wir Guan約 bis die 한국er dio. Show dieه, runter ... Bein ... ... ... Auf, zweit ... ... ... ... ... Schnellen wir in den Augen, in den Augen. Dann manchmal sind der Geoh und amfen. Chef. 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 Wieder langsam, zweit hier, schön halten, so fest hier, auch noch bei Körnern, das ist schon mal gut, das ist schon mal tief, noch vier, langsam halten, super, nach oben, wechsle, auch noch der Bärse, ganz im Fuß besser, letztes Mal langsam, in der Hohen, komm, gif, letzte Hohen, hier, mit einer Hohen, aber mit einer Hohen, gif, gif, komm, und die letzten, acht hier, gif, gif, mit einer Hohen, seitonal, auf ein kleines Nein, zwei, mit einer Hohen, Körper Nein, da mit einer Hohen, Zur Seite. Verlagern. Zur Seite. Weißer gerade. In der Mitte. Zur Seite. Nach rechts, nach links. Zur Seite. Sehr gut. Noch acht. Schließen. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Halb in der Mitte. Verlagern den Bogen auf. Eins. Sechs. Schöne das Bogen nicht verlieren. Und schließen. Wirklich wertvoll aufpassen. Und schließen. Sehr gut. Und schließen. Und noch mal in der Mitte. Halt. Dreh das Bogen auf, wo du das kriegen kannst. Arme 19. Nach oben. Halt. Bleib hier. Bleib hier ein bisschen ruhig. Ohne ein Schuss. Entspannend. Schau das Bein. Arme parallel zum Boden bleiben. Jetzt spürst du, dass das Bogen nicht passiert ist. Nächste. Elf. Halt. 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 Und hier oben, neben das Motto. Bieschen die Handflächen. Jetzt spürt man das gleiche. Schön. Hält die Arme nach oben. Sehen nach oben. Und noch vier, drei, zwei. Und die Schultern auslockern. So, super. Es war schön, dass du wieder ins Bücherregal stellen. Oder du machst es noch bei dem Augenblick. Dann trage ich dir das hin.